Es bleibt dabei ein Hardcore Match ohne Regeln, aber es gilt nur ein Pinfall. Na gut, dann alles klar, Kampf frei! Läuft jetzt! Oh, oh, die auf den Titel! Na, 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 na! Uuuu! Also bei uns ist der Säßlauf mit Mirko, wie das wehtut. Jugo, hörst du das nicht rein! Wir tagen's weh! Oh, der Penis heiß! Jugo, das ist ein Ben! Es geht ein Ben! Wer hat Jugo? Komm Mirko, wir hätten eine Waffe getan! Wer hat Jugo? Hey, das ist meiner! Du kannst ja nicht den Schuh vom... ... von Lüisinger-Läusl-Der-Trottel, von Lüisinger-Läusl-Der-Trottel gehen. Da hat die Hände sie in der Ecke gebeten! Hände sie! Jugo! 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 Jugo, 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 Jugo! Jugo, 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 Jugo! Das muss das sein, ich hab da Einblicke, die ich nicht sehen will. Das ist Hardcore! Das ist Hardcore! Jawoll! Always Hardcore! Zwei Minuten Sieg gekämpft! Oh, mit einer Bierplasche! Ist aber schon leer! Also kann ich nur nicht so weit tun! Der, der den Kampf herausgefordert hat, der geht wieder! Was für ein Feigling! Der sucht was, glaube ich! Ah, das ist eine super Aktion! Ja, was für ein technisches Manöver von Martin Pein! Ich bin ein bisschen viel für eine Bessau, Eno da, Loh! Joa! 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 Erdisch ist Tabu! Joa! 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 Ich bin ein anderes Tag! Den Tisch! Boah! Hey, das ist Mercedes! Den hab ich von der SPÖ gehört! Ja, das war ich jetzt! Kaba! Kaba! Schleih! Du musst den Punkt nicht schrauben! Jetzt gibt er den Rest zugeholt! Kaba zugeholt! Oh, Pachos der Bier! Ich däte ja gern, das ist voll illegal, aber das ist ja nicht übrig! Der einzige illegal ist der Jürgen! Der einzige illegal ist der Jürgen! Jawohl! Reiß er mit dem Port aus! Kaba! Eins, zwei, drei! Zwei nur! Du hast die kurze Hände, du musst zum Boden! Jürgen! 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 Jaja 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 Also Jugo NET SCHO WIDER Die SESCHOTTE OOOH 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 Da muss Jugo Ein Tor holt genau auf den Sessel Genau, wir gehen zu Ende Wir gehen zu Ende, naja, bei Trimpen Ja, jetzt schauts ganz schlecht aus für Jugo Du weißt schon, dass wir da hinten kaum Sessel haben und wir sofort an der Decke haben Nadi, wir brauchen den noch Ja Verbrech ihn Jugo 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 5 Minuten sind vorbei, Halbzeit Jugo 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 Geh sitz dich hin mal Ja Das ist der Jugo Immer für den Überraschung gut Jugo Schöner legt drauf Das Publikum ist voll blutrünstig, steil ich fest. Ja, das sagt uns IKEA nicht, wofür ein Sessel so gut sein kann. IKEA hat solche Sessel nicht. Na ja, die haben ja nur den Hermann und so. Jawohl, Punt Rover! Wobei der Hugo gerade so ein IKEA-farbige Hosen auch hat. Das kann ich gar nicht anschauen! Schau weg, ich weiß es ja nicht! Kommen wir! Los, hallo, hallo, hallo! Hey, hey! Nach 6 Minuten und 20 Sekunden ist dieser Kampf nun endgültig entschieden. Siegert dieses Hardcore Kampfes! Der eine und nur der Vanilla Killer, die Lady Killer, was der Dutte Killer ist! Mieko! Mieko! Es ist Zeit für World on the Ground Wrestling.